Sie könnten mich sehen, die gerade mit einem Baum hervorlinst. Ich bin sie aber nicht. Doch, sie haben es gesehen. Der Unimog hat gerade welche rumgefahren. Dann hätten sie aber schon längst auf mich geschossen. Sie sehen doch, dass du noch nichts hast. Ich glaube, der rennt da aufgeregt rum, weil der Unimog einen Kollegen überfahren hat. Er guckt in die falsche Richtung. Er ist doch wegbleiben von Unimogs. Ja, ist doch mal schön, dass sie jetzt auf unserer Seite kämpfen. Also ich sehe jetzt nur noch den einen Grad. Sollen wir? Ja, Feuer frei. Gut, ich entschärfe mal schnell den Unimog. Er ist gemeingefährlich. Und wie viele hat der Unimog jetzt eigentlich ungemietet? Alle drei anderen? Ne, nur zwei. Einen haben wir erschossen. Ah. Nur zwei. Da lagen aber vier Leiden. Er hat sich zurückgehalten. Dann hat er doch drei überfahren. Deswegen? Hier, sammeln! Zurück in die Formation! Oh, da ist es aber ein bisschen das hier, was da rüberkommt. Ich bin in den Raum mit der Blumentapete. Ein richtiger Wunsch! Natürlich 300 Mann. Fährt schon wieder was? Ja, jetzt ist ein Leo. Leo kommt auch noch aus Südost in die Stadt. Ja, super. Aus Südost? Ist ja ein ganzer Zodo. Ja, da wo wir auch reingekommen sind. Die gleiche Straße. Und fährt den ähnlichen Weg wie der Marder wohl. Das ist die Tür zu. Der Marder kommt auch wieder. Okay, schnell nachladen, schnell nachladen, schnell nachladen. Ich sehe nur einen Käfer. Der Marder, ich sehe seine Kette, aber ich kann nicht vorbeischießen am brennenden Leo. Ah, er kommt rechts. Da kann ich nicht... Ah, das ist toll. Ich muss den da rumfahren. Wenn er um die Ecke kommt, versuche ich zu schießen. Fährt durch den Wald. Ja, okay. War ne gute Idee, die die Optik zu überlassen. Ja, der fährt wieder nach rechts. Wow. Hab ihn. Komplett? Ja, der Motor springt jetzt nicht mehr an bei ihm. Er hat einen Marderschaden. Ich habe einen Whisky. Ähm, Madkit haben wir schon. Meinetwegen. Scurvy? Ne. Ähm, okay. Scurvy nicht deines wegen, aber es wird besser mit. Position von einem Madkit mit rotem Rauch markiert. Äh, da hat ein Kiefer ausgeladen Richtung West. Feind beschutzt. Bitte. Und die schießen auf uns. Feind beschutzt. Feindfeuer. Ah, wieder zu langsam. Das war die 600. Escape. Wihi. Bitte schalten Sie die nächste Woche wieder ein. Zu einer weiteren spannenden Folge. Schade, der hat sich geduckt. Warum sind die denn hier? Wie ist das von Valdi? Ach, er hat sich nicht geduckt, wenn der eine von euch erscheint hat. Feind beschutzt! Er wurde geduckt. Passius ducken. Oh, ich bin unter Feuer. Da lief einer beim Mörser, den habe ich eben geschossen. Sehr gut, hier liegt er nämlich. Oh, wir haben hier ist aber ein definitives Upgrade. Ein P3 in schwarz. Uh, sehr schön. Bibi. Ja gut, das sieht chica aus. So, wir können wieder einsteigen. Was soll ich bitte machen? Einsteigen. Dir? Unter Feuer! Wo? Aus Kaffee immer. Wir werden gemörsert. Aus Kaffee immer. Der Mörser wird gemörsert. Irgendwas! Unter Feuer! Unter Beschuss! Soll ich dir was reparieren? Nein, bitte nicht. Okay. Deshalb die schicken Scheiben. Ich sorg mal für Lüftung. Wisst ihr, was da noch schießt? Ja, ich baller gerade sinnlos in der Gegend rum. Ich habe eine MP5-SD3 gefunden. Ja, Tracer. Wie drollig. Das ist lieblich. So, ich fahr mal langsam mit Kuh weiter. Mit einer Kuh fährst du? Mit einer Kuh fährst du? Gute Arbeit, Steffi. Ich lerne nur vom Besten. Aber Yoshi ist doch gar nicht da. Aber er hat von ihm gelernt. Deswegen hat er doch den Ausbilderschein gemacht. Ja, stimmt. Zurück in die Formation. Oh, da links ist ne Menge. Ja. Das sieht sehr ungesund aus. Also, der MG-Schütze... Au. Habe ich dir ja da runtergehauen? Der MG-Schütze... Nein, viel schlimmer. Du hast deinen linken Fuß auf dem Armaturenbrett abgestellt. Oh. Wenn du dich jetzt nach hinten drehst, bleibt der Fuß genau dort. Gott. Ich habe Gummigelenke. So fahr ich auch im Auto. Seid ihr schon hinter uns? Ich glaube, er meint Biberbach. Nein! Nein! Wir sind noch hinter euch. Dann gibts nur Hiltersried, wenn ihr hinter uns seid. Sichtkontakt! Südwestlich! 1500! Ich habe mich verfahren. Das! Ja! Hinter dir, Neo! Schießt ihr so! Wittendorf, oder was? Ihr seid auch da falsch abgebogen. Ja! Ja! An Auf nach Leuterdorf! Ah! Oh Gott! Wir sind da! Was macht ihr denn? Ist das ein Love wieder? Von Puma gerammt werden. Nordostwert! 300! Luch! Wart seiner Gehör weiter! Ja, der hatte Angst. Hätte ich auch, wenn man mich einfach mit M3 beschießt. Einsteigen und flüchten! Schnell weg! Wollte gerade wieder was sagen. Wollte gerade wieder was sagen. Ah!